Kannst du mich sehen? Nein. Ich dich aber. Einsamkeit kann eine Bedrohung für dich selbst sein. Hä? Das kann doch nicht sein. Scheiße, scheiße. Wir würden dich gar nicht verarschen. Aber nicht mit mir. Oh, scheiße. Was war dann schon wieder hin? Was ist jedoch, wenn du gar nicht alleine bist? Das lassen wir einfach mal schön Ihnen entscheiden müssen, als ob wir diese Entscheidung stellen. Er hat den folgeschweren Fehler in Gottes Schöpfungswerk gefunden. Wenn selbst Kain die Hand gegen Abel erheben und ihn erschlagen konnte. Was sollte dann uns andere davon abhalten?